Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Horror Map Adventure Times Let's Play. Hier heute springen wir die Map Late. Also ich habe keine Ahnung was hier passieren wird, aber ich habe es mal hier irgendwo gesehen. Keine Ahnung wieso, aber ja, es schaut schon mal richtig episch aus. Okay links klick. What better experience please lower your brightness and turn up your full moon and stay in first. Okay, ich habe nämlich jetzt in der Grafikkarte Applaus. Okay, ich schreibe. Lol, ich habe auf automatisch einen anderen Skin. Oha. Oha. Na gut. Hier liegt ein Zettel. Josh Washington oder was? Ja, es ist schon schon in Washington oder? Ja, alles klar. Ja, hier sind Dreads. Oh lol. Schau ich jetzt wirklich, ich habe kein Screenshot. Oh mein Gott, ich schaue einfach aus. Keine Ahnung wieso. Lol. Wie? Alter. Hörte das? Hörte das? Hörte das? Ah ne, ich hörte es ja gar nicht. Warte. Oder hörte das? Hä? Ist hier wer? Oh. Warte. Du 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 du. Okay, ich ähm. Ich muss mich ja irgendwie ein bisschen reinkriegen. Alles klar. Äh. Hier ist schon mal sehr. Alter. Wie schafft man sowas? So ne schönen Detail. Hier gibt's verschiedene Orten. Alles klar. Okay, wie es scheint sind wir in einer Kirche. Oh. 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 Shit. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Alter. Ah. 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 Junge. Ich kriege jetzt schon einen Herzinfarkt, Alter. Was war das? Alter, ich kriege jetzt schon hier einen Herzinfarkt, Alter. Alter, Junge. Alter. Alter. Ich traue mich hier nicht raus. Hier ist sie schon wieder. Alter. Nein. Du bist nicht. Ich bin da nicht hier zu. Nein. Weg. 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 Alter. Alter. Ich hab meine Kopfhörer gar nicht mehr auf, Alter. Ich bin so schreckhaft. Alter. Wetten sie sitzt da. Warte, ich mach mal meine Kopfhörer. Alter. Das ist. Ich hab meine Kopfhörer unten. Oh. Weg. 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 Oh Mann, sie ist ich wieder da. Ja, komm her. Alla. Was mach ich hier? Soll ich hier eigentlich machen? Hä? Soll ich hier das moduliert, ey. Wie? Wie haben sie das moduliert, ey? Es ist übertrieben, aller. Wo kann meine Kopfhörer? Ich hab mein, ich hab mein Mikrofon weggeballert. Ach, Mann, ey. Alla. ich hab grad echt so viel Herzkörper voller. Ich hab Gänse, oder? Hä? Mann, verpiss dich jetzt. Ach so, hier kann man rein. Geh weg. Oh. 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 Oh, wir sind aufgewacht. Oh, endlich, Alla. Oh. Oh, russisch. Ich mein kein russisch. Alla, ich hab so. Alla, die muss ich echt gut. Alla. Best of Maps. LOL. Toll. Present by the Minecraft team. Lord. Alla, wir haben's. Oh, wir sind in der Bahn zu Sascha. Alla, wir haben's das moduliert. Ich stehe. Aber echt episch. Nice. Das haben's alles mit die P's gemacht, ne? Stille. Oh. Ähm. Pardon? Ja, was происходит. Okay. Das ist so hoch. Alla, ich weiß, was die Toilette ist, Hey, wie haben sie das gemacht, Alter? Sogar die Zähne im Mund bewegt sich. Oh, schreck mich. Upstairs, okay. Kleiner Ruggel. Okay, geht wieder. Alles klar. Nein, 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 nein. Ich glaube, hier ist der Schlafgrad. hat Schraubler Wiener also wie gut sich nicht nicht gemacht Was ist das? Optimus Ich pack in ihn Hey, warum upstairs? Ich bin noch oben Oh, warte, hier habe ich noch nicht abgecheckt Nee Ich glaube hier ist nicht Hier ist ein Licht, das ist sehr interessant Hier ist eine Kamera, das ist noch interessanter Und hier ist ein Sensationeller Oh, Kaffeeautomaten, yeah Nein, okay Äh Hey, wohl Oh, nice Nice Wow Oh Ähm Wie fait? Mein mein Jo Jo Ist da Hä? Die sind so leise Hm? Hm Ja Sicherlich gehen Oha Hä Okay Oh Oh Thomas It's been half an hour You better have that report I've asked you to get The report? Oh, oh, the report, it's on my desk, I'll go grab it Okay Later once again, Thomas, this cannot go on If I don't have this report in the next hour, I won't mind replacing you For your sake, I hope it's better than the last one The report, it's in my office, I need a printer Ah, that's right The report, it's in my office, I need a printer The report, it's in my office, I need a printer Ah, that's right Der arbeitet hier am Computer Das ist ja mal Das ist ja mal Oh Oh, das ist ein schönes Bild Keescho oder was Hey, Elisa Oh, hey You must have had a bad night Just like me Man, these nightmares, I tell you Anyway, if the boss wants to see me I should hurry Oh, hey Thomas, how are you? I'm fine, Hugh The boss is waiting for me So I should probably get a move on You know how he gets Oh, yep I know Um, in case you need to run away I just updated the small plan Awesome Haha It's on my desk See you later, Thomas And good luck See ya Thanks Hm, Mr. Miguel Oh, hell no, Mr. Goodman Oh man, now I'm in the air Thank you Mr. Goodman Emily Thomas Goodman Ma'am Is that right Oh ah, now you're gonna sleep Now you're gonna sleep Now you're gonna sleep now you're gonna sleep Oh I guess I get an Alpträume Oh shit. Ich dachte, hier kommt vielleicht irgendwas. Hier kommt fix irgendwas. Irgendwas. Irgendeine aufwändige Beep. Was war das? Oh, hier ist er. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder was? Wow, was war das? Wie? Was ist denn so schöne Fressen? Oh my god. Oh my god. Hey! Anybody here? Help! Oh god, what happened? Oh my god. 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 Alter! Hä? Hier war ein Geist. Da bin ich mir sicher. Alter. Nee, ich will nicht. Ja, kannst du machen. Alter, das ist echt gut modelliert, Alter. Das ist ein Albtraum, ey. Alter, ich hab grad so viel Angst, Mami, Hilfe. Alter. Ah, ich hab schon gedacht, er wird dafür. Oh man, ich trau mich hier nicht. Ich muss jetzt hier bleiben, und jetzt raus raus. hier. hier rein na gut Prozent alter weil ich hab nur ein alles ist es ist abnormal ich will das nicht spielen alle hier ruggelt so viel commands ist ja kein Wunder Alter jetzt ja ist ja kein Wunder so viel commands Alter hatte ich muss die Chance ein bisschen unterstellen wie viel FPS habe ich ja 44 also ich habe 666 FPS breche ich hier irgendwie durch hm oh aja ich hab voll ich latsche über keine Ahnung und sich bei Anteilen hier ist irgendwas Leuchtenes ich glaube hier breche ich irgendwo durch bestimmt das ist oh ne direkt im Klo ne ne wüsste ich ich will nicht das kenne ich ja weil hier kommt irgendwas hm hm komm ich hier nicht irgendwie hä jetzt ist rund durch oh Alter schreck mich nicht so hat kor alter und Antonio alles klar Antonio ah ah aber hier kommt irgendwas 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 keine Ahnung was aber irgendwas oh oh wo bin ich eins sind wir glaube ich hier wohin müssen wir wir müssen jetzt zur Nummer 2 und zwar die ist bitte lass mich hier dringend ich will sie hoch ok 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 ich gehe weiter zu können er ist nicht so und nein die sie ganz sind Türen ja lustig ja du bist sehr gruselig nie die Wiener alle komplette Gänse oder Alter komplette Gänse und Junge ich bin angeschlossen ich hab die Sound auf 2% glaube ich also auf dem Kopfhörer ich hab überhaupt was gar nichts aus, nur die Tür des Sounds Nummer 3 oh bedeutet ich muss ja hier ach ja jetzt hm ich muss doch ein Stromschalter sein oh vielleicht hier draußen ja gut hä da hinten ist es Exit oh nein hier kommt was nichts nichts ach wo muss ich jetzt hin zur Nummer 3 denn ich habe schon Nummer 4 Alter Alter nie ich was mache ich denn hier 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 oh Alter Hallo Puppe Nummer 1 Hallo du schaust ziemlich schön aus sehr schön hm gibt es überhaupt ein PC ich meine ich habe ein NES aber ich versuche mich hier gerade die ganze Zeit abzulenken ey ich will nicht nein nein oh ey ich habe vollste Gänsehaut hier habe ich nicht oh 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 hey ich habe doch alle umgelegt oh nee Nummer 3 habe ich habe ich die runter gelegt so habe ich die hier auch untergelegt nee oh die oh wahrscheinlich so okay ich habe es kapiert jetzt kommt D D Hallo und dann auch warte mal ist jetzt auch runter die ist wieder oben ich habe die Nummer 1 warte hier kommt hoffentlich nichts la 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 interessiert mich alles nicht okay Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 la 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 okay Nummer 2 auch ich hier lang hier nee Nummer 3 okay schreck mich aller ich habe mich gerade so richtig erschreckt aller bitte nicht oh hier hier war wer ähm okay das muss ich jetzt schon wieder machen nee 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 was mache ich denn hier bin ich kacki alter da kommt hier so ein Vieh oder so was das muss ich jetzt hier finden n mh oh hast du ein schönes sticker foto hallo ha wenn ich es umgedreht hätte alter vier frauen toilette winter interessiert ich will nicht machen ich bin jetzt aller hast ein schönes gesicht weiste mann immer die nicht machen und ich gehe alles runter vor allem ist das skelett was ich jetzt ja gut ich komme ich nicht rein ich glaube ich muss in alle räume nachschauen irgendwas ich traue mich gar nicht mal nachzuschauen alle 10 90er pcs aller schlechte quali ja hallo ja hallo da hast du schön film warte mal wie hast du dich hierher bewegt wie ich hab dich im blick ich hab dich im blick versteck mich jetzt alles kann in jedem moment passieren mann die brauchen knopf oder sie ich hätte es eh geschafft ja leute an der stelle machen wir dann mal schluss ja leute ich hoffe es hat euch gefallen dieses video da und ja und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ja haut rein ciao konnichiwa Bis zum nächsten Mal.